Hallo und herzlich Willkommen zu Empowering Galaxy Survival Alpha 12 Staffel 2 Folge 4 Teil 2 So und zwar habe ich jetzt im Offscreen ein bisschen weiter gebaut. Wir wollten ja eigentlich hier unten in der Oase bauen in den Berg aber das hat nicht so funktioniert durch die Lava und deshalb habe ich mir überlegt ich habe hier oben ein Stück weg gebohrt von dem Berg da ich eine Plattform hinkriege und habe dann hier schon mal einen Grundgerüst gesetzt. Dann hatte ich aber vergessen anzumachen quasi und dann ist mir gerade eingefallen dass ich euch ja das Bauen quasi noch mit aufnehmen wollte jawohl ja also lohnt sich ja doch schon wenn man so ein Raumschiff hat und nimmt es dann auseinander kleine Boxen oder große Boxen und kleine Boxen so dann hatten wir doch auch noch eine Lager-Erweiterung da gut eh ja Dann den Kühlschrank, reicht erstmal hier, Nahrungsmittelprozessor, die Blöcke können erstmal nach hier und Treibstofftank, so. Das noch ein Kühlschrank reicht, so, Treibstofftanks machen wir, noch hier, so. Zwei Station, Anzugstation. So, Kühlschrank brauchen wir auch erstmal noch nicht, dann machen wir als nächstes, da machen wir den hin. So, machen wir jetzt direkt schon mal einen Turm. Turm. So. 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 Schmeiß mal die Sachen erstmal da rein, CO2 Tankstellen mal noch. Den Rest schmeiße ich hinterher direkt in die Fabrik für das neue Raumschiff. Ich schaue die Sachen mal rein. Ich guck, weiß ich auch noch nicht wofür der ist. Ich guck, weiß ich auch noch nicht. So gut, dann haben wir das, das, das und das. So, ja dann nochmal den Rest noch raus. Ich guck, weiß ich auch noch nicht. Ich guck, weiß ich auch noch nicht. Okay. So, das ist ein Fountain. Okay. Ich guck, weiß ich nicht. So. Ich guck, weiß ich nicht. Ich guck, weiß ich nicht. Was? Den genommen jetzt mal da rein. Da haben wir die auch erst mal. Gut, jetzt haben wir aber immer noch unseren kleinen Konstruktor da stehen. Und diese Handball geht dann später aus. Hier noch was. Er kann auch mit. Er kann auch mit. Dann kann ich später auspacken. So, jetzt mal gucken ob er noch hat. Frachtbox. Das ist meine. Ja. So. Ähm. Da brauchen wir Eisenerze und Farmer. Da brauchen wir deswegen jetzt nämlich nicht zurück. So. Ah ok. Die müssen wir erst. Müssen wir den erst killen. Ähm. Die Basis. Genau. Generator können wir dann auch direkt killen. Oh ist der schon? Ok. Na auch komisch. Ähm. Gut. Dann können wir den einmal herstellen. Ja. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge mal darum kümmern, dass wir mal so eine Alien-Baseda looten gehen, damit wir mal ein paar vernünftige Sachen kriegen. Ja, die Folge werde ich jetzt in der Soppel-Folge raushauen, weil ich jetzt auch weiter machen wollte und jetzt nach der Folge auch nicht weiter aufnehme, weil ich dann erst die Cam anschließe und dann morgen quasi den Rest oder weiter aufnehme, den Rest, Blödsinn. Ja, wir haben hier selber hier. Basis. Generator, kleinen Stahlplatten, mechanische Komponenten, Motor, Elektronik, Computer. Elektronik. Okay, das hat keinen Sinn. Dann müssen wir was anderes machen. So. Motor. 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 Ammol gehören, ok. Die haben wir bestimmt auch schon. Oder auch nicht. Ähm, ok. Hm. Das sind wir jetzt. Doof. Wo kriege ich denn jetzt diese Nanowarn? Kohlenstoff. Pflanzenfasern. Ok. Pflanzenfasern. Bin ich schon Pflanzenfasern gesammelt? Pflanzenfasern. Klamen, 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 Klamen. Körme Körme, Körme, Körme Körme, Körme So, dann können wir den auch schon herstellen. Der Zentrum der Durchlauf mache ich dann schon mal weg hier. So. So. Ach, nun komm, mach schon. So, muss ich mal eben gucken. Hm, Technikbau-Basis. Die Türgeschütze sollte erstmal reichen. Hm. Okay, den können wir nicht hier herstellen. Okay. Okay. Allting? Okay. 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 Mist. So stehen können... Ja. Wunderbar. Gut. Projektilgeschütz. Kriegen die denn nochmal 15mm oder 30mm? Da müssen wir erst noch Pflanzenfasern für sammeln. Okay. Aber wir könnten schon mal... Nee. Nee. Eins. So. Hm. Gut. Da können wir noch nicht so viele von herstellen. Das ist doof. Also müssen wir Pflanzenfasern sammeln. Na dann gehen wir doch mal gucken. Wenigstens noch in der Folge... ...denn den in Betrieb kriegen. Hier sind bestimmt keine Pflanzenfasern. ...denn den in Betrieb kriegen. Hm. Ja. 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 Oh, shit. Toll, und ich habe natürlich alles. Ich habe mich nicht mehr, aber ich habe mich nicht mehr, sondern ich habe mich nicht mehr. Oh, Tobi. Ja, so gut. Oh, die Tür war schon eingebaut. Oh, mach doch hin, ne? Oh, mach doch hin. So, Flower, jetzt aber noch mal. Also, Pflanzenfaser. Sah jetzt nicht so aus, als wenn wir hier kriegen. Das sind auch keine, das sind Proteine wieder, ne? Ja, da müssen wir doch in die Kälte fliegen. Das ist wichtig. Und da sind wir dann in die Kälte. Ja, da sind wir da. Und da sind wir hier zusammen. Und da sind wir da. Aber wir haben uns hier in der Kälte. Und da sind wir da. 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 Vielen Dank. Ja. Ja. Muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen nach hinten fliegen zu dem Waldstück? Ja. 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 Hier kommt gar nichts. Ja. 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 Na im Sumpf hatten wir nicht so viele Probleme mit Pflanzenfassern. Die standen auch an jeder Ecke. Ja. 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 Na, das sollte man irgendeinen sein, ne? Ich muss mich mal... Naja, ist klar. Na gut, dann mache ich hier mit der Folge Schluss und sammle jetzt noch auf Fliegen und ein bisschen rum und hoch nach Pflanzenfasern mache, aber dann nicht weiter, sondern erst im nächsten Stream. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr die Folge schaut und hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bis dahin bleibt mir gewogen.